So Leute, im heutigen Video wird es mal richtig spaßig werden. Für diejenigen, die sich erinnern, als ich mit YouTube angefangen habe, da habe ich eine ganze Menge über Yield Farming gesprochen, denn wir sind damals gerade aus einem ziemlich langen Bärenmarkt gekommen. Und viele Leute waren einfach ziemlich interessiert daran zu erfahren, wie man ein paar ordentliche Zinsen bekommen kann. Wie man beispielsweise mit Stablecoins Geld verdienen kann, da die ja, wie der Name schon sagt, stabil 1 zu 1 mit einem Währungspaar getauscht werden können. Damals gab es auf jeden Fall ein paar mega Gelegenheiten, aber auch heute gibt es eine ganze Menge davon. Aus diesem Grund werden wir uns auch heute hauptsächlich auf Stablecoin-Farm konzentrieren. Darauf, wie man hier ein paar ziemlich, ziemlich schöne Renditen bekommen kann, denn wie wir alle wissen, können Kryptowährungen ziemlich volatil sein. Und selbst wenn man langfristig bullisch ist, kann es schwierig sein, sein Portfolio gerade in Zeiten wie dem letzten Monat sinken zu sehen, wenn die Märkte so stark nach unten trennen. Um die Auswirkungen von Abwärtstrends zu negieren und für zusätzliche Sicherheit zu sorgen, ist eine der besten Möglichkeiten, einen Teil des Portfolios in Stablecoins umzuwandeln. Wenn wir über Farming sprechen, dann reden wir einfach nur über einen weitgefassten Begriff, der all die verschiedenen Möglichkeiten umfasst, wie man mit Kryptowährung Zinsen verdienen kann. Deshalb werde ich euch heute einige meiner eigenen Lieblings-Stablecoin-Farming-Strategien vorstellen. Bevor ich allerdings damit anfange, solltet ihr auf jeden Fall den Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos wie dieses oder auch all die anderen auf dem Kanal verpassen werdet. So, zu Beginn würde ich sagen, werfen wir einen Blick auf Curve Finance, den beliebtesten Ort im ganzen DeFi-Sektor, an dem man mit Stablecoins Zinsen verdienen kann. Falls ihr Curve noch nicht kennen solltet, es ist ein Protokoll, das sich darauf konzentriert, hocheffiziente Stablecoins zu Stablecoin-Swaps anzubieten. Das Ganze wird jetzt durch die Bereitstellung von tiefen Liquidität-Pools mit verschiedenen Stablecoins erreicht und ermöglicht den Handel mit ziemlich niedrigen Gebühren und engen Spreads. Obwohl Curve an sich nicht das intuitivste Interface hat, ist es ziemlich einfach zu bedienen, wenn man sich erst einmal damit vertraut gemacht hat. Curve gibt es jetzt auch auf einer Vielzahl von verschiedenen Chains, zwischen denen man hier wechseln kann. Im Allgemeinen sind natürlich die höheren Renditen auf neueren Chains verfügbar, wo es entweder Liquiditätsanreizprogramme gibt oder einfach weniger Menschen, die farmen. Einige der besten Chains momentan sind Avalanche, Polygon und Phantom. Aber ihr könnt auch darauf achten, wann Curve die Unterstützung für eine andere Chain hinzufügt, da man dann natürlich noch höhere Erträge erzielen kann. Wenn wir einfach mal zum Beispiel Avalanche nehmen, dann können wir hier die verfügbaren Pools sehen. Um mit dem Farm zu beginnen, klickt man einfach auf einen dieser Pools, dann klickt man auf hier einzahlen und im Gegensatz zu traditionellen Liquidität Pools haben einige Curve Pools mehr als zwei Coins, aber sie funktionieren im Grunde auf dieselbe Weise. Man gibt einfach ein, wie viel man einzahlen möchte, klickt auf einzahlen und schon kann man damit anfangen Geld zu verdienen. Als nächstes haben wir die beliebteste Option für das Farmen von Stablecoins auf Terra und zwar Anchor Protocol, eine ziemlich einfache Option. Alles, was man braucht, ist ein bisschen USD Stablecoin. Das kann man hier einzahlen und direkt beginnen, knapp unter 20% APY zu verdienen. Diese Rate ist auch ziemlich lange ziemlich stabil gewesen. Tatsächlich habe ich, also im Grunde genommen war es immer ziemlich nah bei 20%. Eine Sache, die bei dieser Option zu beachten ist, ist, dass Terra eine Blockchain innerhalb des Kosmos Ökosystems ist. Deshalb werdet ihr nicht in der Lage dazu sein, eure Standard Metamask Wallet zu benutzen. Trotzdem, das Einrichten einer Terra Station Wallet oder einer anderen kompatiblen Wallet ist ein ziemlich ähnlicher und einfacher Prozess und der ist es auf jeden Fall wert für die soliden Erträge, die man hier verdienen kann. So, dann machen wir mal weiter mit einer zentralisierten Option und zwar Crypto.com. Ihr kennt wahrscheinlich schon dieses Unternehmen, da ich bereits früher über sie berichtet habe und sie haben ja auch eine ganze Menge von Mainstream und realer Werbung in den letzten Monaten gemacht. Crypto.com bietet auf jeden Fall eine Vielzahl von verschiedenen Dienstleistungen an, von ihren eigenen zwei Blockchains über eine Börse bis hin zu ihrer App, mit der man 12-14% auf Stablecoins verdienen kann. Oder sogar noch mehr, wenn man die Belohnung im Laufe der Zeit compoundet. Man kann das höhere Ende der verfügbaren Sätze verdienen, indem man die verschiedenen Beträge des nativen CRL-Tokens staked, sowie durch die Entscheidung, die Einzahlung für unterschiedliche Zeiträume zu sperren. Wenn man nach einer Option sucht, bei der man einfach einzahlen kann und es eine Weile vergessen kann, dann könnte das definitiv eine gute Wahl für euch sein. Als nächstes haben wir jetzt einer der ältesten Renditeaggregatoren, nämlich Yearn Finance. Yearn gibt es im Grunde genommen seit dem ursprünglichen DeFi Summer und seitdem haben sie ihr Produkt und das Ökosystem konsequent ausgebaut. Um Yearn nutzen zu können, wählt ihr ganz einfach aus einem der verfügbaren Volts aus, die verschiedene Token entsprechen und zahlt dort ein. Dann hinter den Kulissen macht sich Yearn an die Arbeit, die besten Farmen für den jeweiligen Token zu finden und euer Vermögen auf diese Weise zu verteilen. Das spart euch jetzt nicht nur eine Menge Recherche, sondern kann euch auch Gasgebühren sparen, da die Transaktionen mit all den anderen hinterlegten Assets gebündelt werden, um sie so effizient wie möglich zu gestalten. Yearn gibt es derzeit auf Ethereum und auf Phantom, aber die Renditen auf Phantom sind viel, viel höher, da natürlich dort neue Projekte gestartet werden. Derzeit unterstützt Yearn die Stablecoins DAI, USDT, USDC, MIM, FRAX und DOLA, sodass man da wirklich eine ganze Menge Optionen hat, in die man investieren kann. Ein weiterer Punkt, den man bei Yearn beachten sollte, ist, wenn man Coins in einen Volt einzahlt, erhält man den entsprechenden YV-Token. Wenn man zum Beispiel USDC einzahlt, erhält man YV-USDC als eine Art von Coupon, mit dem man dann die USDC und Gewinne einfordern kann, wann immer man möchte. Wenn man jetzt allerdings seine Coins lieber noch weiter Zinsen verdienen lassen möchte, dann kann man gehen diese YV-Token als Collateral an einem Lending-Protokoll benutzen, was einem dann noch eine Vielzahl von weiteren Möglichkeiten eröffnet, um entweder seine Position zu hebeln oder etwas anderes damit zu machen. Eine weitere Plattform, die man sich anschauen kann, ist Bifi Finance. Bifi gibt es auf etwa 12 verschiedenen Chains, die jetzt hier aufgelistet sind und sie bieten alle verschiedene Farming-Optionen, auch für Stablecoins auf vielen der Chains. Eines der attraktivsten Merkmale von Bifi, neben den großen Anzahl von Angeboten, ist, dass all ihre Walls automatisch mit einer optimalen Rate für euch zusammengesetzt werden, um die APYs zu maximieren. Man kann das Ganze auch sortieren, um nur einseitige Stablecoins-Optionen oder auch Stable-LP-Optionen mithilfe dieser Box zu bekommen. Im Moment sind wir im Phantom-Netzwerk und wie man sehen kann, sind die Raten ziemlich attraktiv und liegen zwischen 15 und 30%. Das ist im Allgemeinen ungefähr das, was auch auf den meisten anderen Chains verfügbar ist, aber gelegentlich wird man auch einige Walls sehen, die ein bisschen höher sind. Es gibt auch natürlich noch viele andere Möglichkeiten, Stablecoins zu farmen und es ist nicht ungewöhnlich, APRs zu sehen, die jetzt höher sind als die, die ich euch heute gezeigt habe. Allerdings sind höhere effektive Jahreszinsen im Allgemeinen auch mit einem höheren Risiko korreliert. Dieses Risiko kann darin bestehen, dass das Projekt, das die Renditen anbietet, neuer ist oder die Renditen unbeständig sind oder auch etwas komplett anderes. Die Projekte, die ich heute vorgestellt habe, sind alle gut etabliert und gelten im Allgemeinen als die sicherere Option. Sie haben Hunderte von Millionen oder sogar Milliarden Dollar eingezahlt, aber auch sie garantieren keine Sicherheit. Deshalb ist es auch nicht unvernünftig, seine Stablecoin-Bestände zu diversifizieren, indem man sie auf ein paar verschiedene Protokolle aufteilt. Falls ihr euch ein bisschen selbst über andere Farming-Optionen informieren möchtet, dann ist einer der besten Orte, um damit zu beginnen, DeFi-Lama, wie man hier sehen kann. Hier kann man auch die Protokolle nach Chain sortieren und dann die TVL einsehen. Wenn euch eins davon ins Auge sticht, dann könnt ihr darauf klicken, um weitere Statistiken und einen Link zum Ausprobieren zu erhalten. Ein weiteres Projekt, über das ich heute mit euch sprechen möchte, ist der Sponsor des heutigen Videos und zwar CryptoPads. Ein Projekt, das die ersten Augmented Reality-fähigen NFTs auf Solana rausgebracht hat, zusammen mit einem Play-to-Earn-Game, bei dem man diese NFTs als Spielfiguren verwenden kann. Einige von euch erinnern sich vielleicht auch daran, dass ich schon einmal über dieses Projekt gesprochen habe, als das Initial Minting angestanden hat. Dieses Minting von 10.000 CryptoPads-NFTs war ausverkauft und seitdem ist das CryptoDash-Spiel live gegangen, zusammen mit der virtuellen Art Lounge und dem Steve Aoki Rave Room, den ich euch beide in einer Minute zeigen werde. Bevor wir allerdings dazu kommen, möchte ich noch einmal das Play-to-Earn-CryptoDash-Game vorstellen. Ein Beispiel für den Spielablauf kann man hier auf der Webseite sehen. Es ähnelt dem Spiel Rotes Licht, Grünes Licht, das ja die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich gezogen hat, als die Sendung Squid Game lief. Im Grunde konkurriert man gegen andere Spieler, um als erstes die Ziellinie zu erreichen, wobei man sich nur bewegen darf, wenn die Ampel grün ist. Ist sie rot und man bewegt sich trotzdem, wird man zurückgeworfen. Die Wettlobbys für das Spiel sind ziemlich aktiv. Man kann also die Chancen nutzen, um sich im Falle eines Sieges ein paar schönes Solana-Token zu verdienen. Alternativ dazu gibt es kostenlose Lobbys, wenn man einfach das Spiel ausprobieren möchte. Neben den Standardspielen bietet das Team auch wöchentliche Herausforderungen an, bei denen man Preise gewinnen kann, die in Solana ausgezahlt werden, sowohl in der kostenlosen als auch in der Wettlobby. Man kann auch kostenlose Lobbys zum Üben benutzen, bis man bereit ist, auf den eigenen Gewinn zu wetten. Um am Spiel teilnehmen zu können, benötigt ihr ein CryptoPad als Charakter. Falls ihr noch keins habt, dann könnt ihr entweder eins auf dem NFT-Marktplatz kaufen oder euch über das Verleihsystem eins ausleihen, um zu spielen. Wenn ihr ein CryptoPad besitzt, dann könnte die Vermietung des NFTs an Spielinteressierte eine gute Möglichkeit sein, ein passives Einkommen zu erzielen. Eine weitere Funktion, die das Team derzeit einführt, sind Turniere mit anderen NFT-Communities. Dies dem ermöglicht, NFTs aus ihrer Sammlung vorübergehend als Charaktere im Spiel zu verwenden. Das hilft jetzt natürlich nicht nur, den Bekanntheitsgrad von CryptoPads zu vergrößern, sondern trägt auch zum Wachstum der Community bei, da mehr Menschen das Spiel ausprobieren können, bevor sie sich ein CryptoPad zulegen. So, dann geht es weiter mit einem Blick auf den Steve-Aoki-Party-Raum und die Launch. Auch wenn ihr noch kein CryptoPad habt, dann könnt ihr das Ganze mal auf der Webseite anschauen und dann habt ihr so eine Art von Standardcharakter. Man kann hier ganz einfach auf Explore Now klicken, verbindet seine Solana-kompatible Wallet, wählt einen Namen für sich selbst aus und dann klickt man entweder auf die Launch oder auf den Rave Room. Wir können jetzt einfach mal mit der Launch anfangen. Es handelt sich hier um einen sozialen Raum, in dem man NFTs aus der Wallet anzeigen kann, wie die, die man gerade sehen kann. Die Steuerung für diese Räume, das sind die ganz Standard-WASD-Tasten, die Leertaste zum Springen und mit der Eingabetaste, da kann man Nachrichten eingeben, die dann hier über den Kopf erscheinen werden. So, wenn wir zu diesem Bildschirm zurückkehren, können wir uns dazu entscheiden, den Rave Room zu erkunden, wo man mit anderen CryptoPads der Musik lauschen kann, die hier gespielt wird. Es gibt auch ein Video, das auf dem Bildschirm hinter der Bühne abgespielt wird. Außerdem kann man auch hier in den oberen Bereich raufgehen, um sich das Ganze mal hier anzuschauen. Obwohl diese Funktionen ja schon ziemlich cool sind, ist es einfach nur der Anfang von dem, was das Team geplant hat, denn sie werden ein gesamtes Metaversum, das Omniversum schaffen. Das Omniversum wird Cross-Chain-kompatibel sein und die Verwendung aller NFTs darin unterstützen. Apropos Team, es ist nicht nur erfahren und engagiert, sondern sie werden auch von einigen soliden Spielern unterstützt, wie zum Beispiel Maker, Julian Buteloup, Sol Bigbrain, Blackpool, AP Wine und noch den anderen hier genannten. Falls das Ganze euer Interesse geweckt hat, es gibt noch einige CryptoPads auf Solana NFT-Marktplätzen und die sind nicht mal allzu teuer, wie man hier sehen kann. Man sollte allerdings auch beachten, dass mit den vielen wichtigen Funktionen in der Zukunft implementiert werden und wenn sich das Projekt herumspricht, dass das wahrscheinlich nicht mehr allzu lange so günstig bleiben wird. Falls ihr mehr erfahren möchtet oder CryptoPads selber ausprobieren wollt, dann gibt es wie immer Links unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst ein Like und ein Kommentar da, teilt das Video mit euren Freunden und wir sehen uns dann im nächsten Video.